Herzlichen Dank für die Glückwünsche. Auch danke, muss ich sagen, an die Mainzer Fans, weil das war unglaublich. Du gehst zu deinen Fans in die Kurve und die applaudieren dir, erlebt man so auch nicht so oft, aber Respekt. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, nach unserem Pokal aus hierher zu fahren und dann so ein Spiel zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie viele etwa geglaubt haben, dass wir daran geglaubt haben, hat man von der ersten Minute gesehen. Wir waren sehr griffig, waren, wie ich finde, von der ersten Minute an richtig gut am Platz. Und eigentlich hat alles von dem, was wir uns vorgenommen haben, perfekt funktioniert. Und dass wir uns dann natürlich noch auf die Art und Weise belohnen, ist natürlich sensationell. Wahnsinn, freut mich riesig für die Truppe. Es ist einfach eine geile Mannschaft. Und ich freue mich für alle, die heute hier dem FC Ingolstadt die Daumen gedrückt haben. Wir haben hier heute Geschichte geschrieben für unseren Verein, den ersten Sieg in der Bundesliga zu erinnern. Es gibt kaum was Schöneres. Dementsprechend sind es aber trotzdem nur drei Punkte von. Ja, keine Ahnung, wie viel wir brauchen werden für den Klassenerhalt. Aber trotzdem freuen wir uns heute einmal darüber. Und nächste Woche geht es weiter. Danke sehr.